Kann ich dich ein Stück mitnehmen? Nein, danke. Warum hältst du mich dann an? Was hab ich? Du träumst wohl. Uschi Glas, die Grand Dame des deutschen Films, feiert Jubiläum. Schau doch nicht gleich so. Wie schau ich denn? Lieb, nett, aber ein bisschen unerfahren. Mehr als 40 Kinofilme. So was Freches. Wie bist du bloß so alt geworden, ohne dass man dich erschlagen hat? Und mehr als 60 Serien und TV-Filme. Tauchen wir mit dieser einzigartigen DVD-Kollektion ein in die Welt herausragender filmischer Meisterwerke, die eine Auswahl ihrer größten Erfolge vereint. Uschi Glas. Schätzchen, Legende, Ikone. Uschi Nationale. Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin hat die Film- und Fernsehlandschaft geprägt wie kaum eine andere. Durch ihr soziales Engagement gibt sie einen Teil dieses Erfolgs den Menschen zurück. Uschi Glas. Eine unvergleichliche Legende. Das Schätzchen des deutschen Films. Sichern Sie sich jetzt die 12-DVD-Kollektion Uschi Glas. Die Jubiläumsbox. Für nur 59,95 Euro. Diese Sammlung beinhaltet außergewöhnliche Werke. Wie das große Glück. Immer Ärger mit den Paukern. Hilfe, ich liebe Zwillinge. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wenn mein Schätzchen auf die Pauke haut. Hochwürden drückt ein Auge zu. 100 Fäuste für ein Vaterunser. Mama Mia. Nur keine Panik. Ein Schloss am Wörthersee. Sommerkapriolen. Drei unter einer Decke. Das Traumhotel Karibik. Alles Glück dieser Erde. Und Uschi Glas. Eine Film- und TV-Legende. Nutzen Sie die Gelegenheit und bestellen Sie Uschi Glas, die Jubiläumsbox mit 12 DVDs bei unserer kostenfreien Telefonhotline 00800 11 800 800 oder online unter www.melodie-express.tv